eines der wirklich großartigen dinge bei twitter das sind die twitter listen mit ihnen können wir tweets zu ganz bestimmten themen gebündelt verfolgen uns läuft die eigene timeline also die liste denen wir folgen die kleine timeline läuft nicht voll wir haben das separat wir können listen basteln zu ländern zu ereignissen zu bestimmten personen zu vereinen zu gruppierungen das ist eine wunderbare sache ein kollege von mir bei dem es sich immer mal wieder lohnt ob er gute listen hat ist hans dane unser mann für die außenpolitik und auf seinem twitter account sehe ich dass der hans eine neue liste zu spanien hat was muss ich tun um hans liste zu meiner eigenen zu machen damit ich die dann entsprechend ändern kann leute hinzufügen kann oder leute aus der liste rauslöschen kann das können wir machen indem man auf ein kleines tool zurückgreift twitter list copy von noah lippmann und ich zeige euch in mehreren schritten wie man dahin kommt zuallererst schaue ich mir die liste an vom hans also spain oder spanien ich muss als allererstes bei mir selber eine entsprechende liste einrichten die dann erstmal leer ist das geht wie folgt ich gehe auf in dem fall auf mein account und klicke dann das symbol listen an ihr seht ich habe schon sehr sehr viele ich hoffe dass noch platz ist wird hier rechts listen erstellen neue liste erstellen das mache ich die liste nenne ich dann zum beispiel auch einfach spain und ich mache sie öffentlich man sollte alle listen eigentlich öffentlich machen es sei denn man gute gründe sie privat zu halten gut jetzt habe ich eine eigene liste die spain heißt da ist noch niemand drin noch keine mitglieder und natürlich keine abonnenten als nächsten schritt gehe ich zum programm noah tippe ich ein noah liebmann list copy und finde dieses schöne programm twitter ist copy dort muss ich mit meinen twitter zugängen mich einloggen und dann bekomme ich folgende oberfläche twitter ist copy sagt selber das ist ein aggel functional tool copy from user who owns the list you want to copy nehme ich jetzt die twitter adresse also das händel von hans dane das habe ich noch im kopf das heißt h dane dann klicke ich get list und dann zeigte mir alle listen an die hans dane hat und die aktuellste oben spain jetzt sage ich copy to one of your also meinen existierenden listen und da gibt er automatisch spain an das hat er erkannt jetzt muss ich nur noch copy drücken und jetzt kopiert er automatisch die 17 leute aus hans spain liste in meine liste wenn ich jetzt bei mir auf mein twitter account gehe und den einmal aktualisiere dann habe ich ups 17 mitglieder die vom hans und kann die liste entsprechend bearbeiten als letzten schritt werde ich jetzt diese liste die meine ist ins titec integrieren und das geht wie folgt beim titec das titec muss ich auch einmal aktualisieren damit er die neuesten twitter einstellungen übernehmen kann ich gehe in der linken spalte auf das plus zeichen klicke list an und suche die liste das ist jetzt ein bisschen schwierig weil ich so viele habe ich hoffe ich finde sie auf die auf anheben da ist sie spain dann kommt hier die liste im kurzanblick add column schließe ich das und dann habe ich rechts die liste die jetzt meine ist und in dir kann ich wenn ich hier die einstellung gehe edit list kann ich nach belieben von mir aus den tourismus account hinzufügen und was weiß ich das innenministerium wieder rausnehmen wenn ich will et cetera et cetera oder unsere unsere madrid-korrespondent carola frenzen mit hinzufügen so somit habe ich in aller kürze eine fremde zu einer eigenen liste gemacht die ich eben beliebig jetzt selber verwalten kann